Musik Herzlich Willkommen bei einem weiteren Playtogether mit dem lieben Zombie-Gulasch-LM und mit mir, Alex Vendetta. Hallo! Servus! Ja, und wie ihr seht, es ist mal wieder Serious Sam-Zeit. Er sagt es auch gerade, wir sind ein bisschen im Playtogether-Wahn. Aber ich genieße das. Und deswegen... Auf, 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 auf! Ja, ich sag was Gutes kommt immer wieder und deswegen kommen wir momentan jeden Tag mit dem Together. Guck mal, wie ich aussehe. Wie siehst du denn aus? Ja, warte mal, wo war Außenansicht? Da. Ich bin eine alte Bratze. Das ist voll die Ische, ja? Ja, guck mal, wie die läuft. Ich sag's ein bisschen, als hätte so eine Salami zu Stimpeinen, aber... Eine riesen Salami. So, und wir hoffen... Eine riesen... Ja, also... Ich hoffe, dass die Einstellungen jetzt auch stimmen. Beim letzten Video war es dir ja bei mir ein bisschen leise. Ja, bei mir sind wir gerade... Aber ich... Es hat sich ja lauter gemacht, äh, für Portschleid. Also muss ich generell im Teamspeak auch lauter sein jetzt. Ja, die Schuss-Sounds waren gerade nur ein bisschen leise und Hintergrund... Alter, wie viele kommen denn da noch raus? Im Grada hat man gesehen, dass die Entwickler schummeln. Oh, hinter uns. Lächerlich. Ja, hier, du kommst in die Schrein, Junge. Ich mag ja echt am meisten so den Raketenwerfer. Der hat irgendwie noch Style. Und das erinnert mich stark an Quake. Ja, das ist eigentlich ein großes Abgucken gewesen eigentlich. Das hier ist ja... Haben viele Designs sich von irgendwelchen Fun-Shootern abgeguckt. Und das Ganze multipliziert mit 100. Tschung! Katsching! War es das schon? Sehr billig. Also ich glaube, wir müssen die Schwierigkeitsstufe doch höher schrauben. Oh, dahinter knurrt es! Analisieren! Habe ich auch gerade gemacht, aber... Ach, scheiße, ich habe nicht gelesen, was wir machen sollen. Fluxer, rise in the Info-Welt! Moment mal, ich sollte mal für einen Abonnenten, der hat mich gefragt, ob ich nicht mal hier... bisschen die Sachen durchklicken kann, damit er auf Pause drücken kann, sich die ganzen Sachen über die Monstren zu durchlesen. Okay, das war das. Achso, das könnte ich auch mal machen. Auf welcher Taste kann man sich das angucken? Ähm... Das ist eine gute Frage. Besten ist der Erfolge? Nee. Demo... Ey, man kann eine Demo aufnehmen, ich raste aus. Ja, ja, du kannst auch Benchmark und all so einen Scheiß laufen lassen. Ja, gut. Der ist ja schon ein bisschen überaltet. Ja, aber bei Analisieren ging ja dieses Fenster auf. Na, da hast du ja diese ganzen Infos. Ja, ich habe es einfach weggedrückt, weil bis jetzt hat es ja nicht so viel gebracht. Ja, ich lese jetzt ja auch nichts vor, wer es gerne lesen möchte. Ich habe einen Weg gefunden. Ah. Nee, der führt nur zurück. So. Und jetzt kann man auf Pause drücken, jetzt habe ich alle durchgeklickt und raus geht's wieder. So. Was? Wo? Wo? Wann? Wie? Wer? Nee, ich komme doch schon gerade wieder. Achso. Ja, es fehlt so ein bisschen. So ein kleiner Pfeil links oder rechts am Bildschirmrand, wo jetzt der... Das ist oldschool ist das. Ja, natürlich. Was? Wie? Wo? Tja, vielleicht müssen wir auch irgendwas hier auf dieser Plattform, die jetzt kaputt ist, irgendwie... Vielleicht geht es doch runter. Nein? Nö. Was? Irgendwo ist irgendwas. Ach, rechte Maustaste habe ich einfach gedrückt. So, dann kann ich euch das auch mal zeigen. Strategie! Drückt einfach Pause und lest das. Hinweise! Drückt einfach Pause und lest das. Gegner! Ja, da hast du vorhin mehrere Sachen zu dyscrollen, ne? Jo, mache ich gerade auch mal, damit auch meine Leute sich das hier angucken können. Ja, wen es interessiert, ne? Das werden vielleicht nicht alle sein, aber ich wurde zumindest von einem gefragt. Und warum nicht? Warum nicht? Ja, aber man kann das ja auch ruhig mal zeigen, das ist ja... Das ist soll eine Laser... Achso, ne, das ist die Laserpistole, genau. Okay. Am besten ist eh die SBC-Cannon. Statistik. Ah, interessiert keinen. So, weiter! Ja, ich suche gerade nach einer, äh... Tür. Wir müssen auch erst wieder zurück, weil, guck mal, der Raum... Ja, hier hinten sind auch zwei Tüben. Ja, und dann... Ah, hier, ich habe meine... Ja, da war ich gerade und dann kommen wir ja zurück. Geht, geht's hier rechts und links, gibt's auch noch Ausgänge hier hinten. Oh, ja, guck mal, hier kommt Monster. Das kann nur richtig sein. Ja, ist super. Da habe ich mich echt kurzzeitig, äh, gerade erschreckt. Erschreckt, erschrocken, da hatten wir letztes Mal schon. Wie heißt es denn jetzt? Erschrocken. Ich habe mich verjagt. Ich habe mich... Uh, schakalaka. War so ähnlich. Ich habe keine Ahnung. Oh, Tatsu! Ich habe mich erschrocken, oder? Tatsu! Da ist er! Er hat sich ja gefreut, dass er ein Gastspiel bei uns hatte. Und er... Ach, wie gesagt, das, was Gutes kommt immer wieder, ne? Ja, so sieht's aus. Aber Tatsu ist ja auch das große Vieh. Also alles, was groß ist, ist Tatsu. Alles, was groß ist, der große Tatsu. Der Long John unter den Let's Playern. Der Long John. Wir sind zwei der vier apokalyptischen Reiter. Und er ist der Long John. Ja, Tatsu, du könntest ja auch mit uns spielen. Du musst nur mal erreichbar sein. Ja, eben. Das ist es. Man schreibt ihn an und wenn man Glück hat, dann kriegt man vier Wochen später eine Antwort, wenn er es, äh, gesehen hat. Nee, man kriegt vier Wochen später Besuch von der GEZ. Hm. Tatsu, hä? Du bist ja wahnsinnig. Ja, Wahnsinn! Äh! Fresse! Also irgendwie fallen die zu schnell. Brauchen wir mal eine Schwierigkeitsgrad erhöhen? Kannst du das mitten im Spiel machen? Ich probier mal, ähm, ob das geht. Wollen wir mal, Abstimmung starten. Server Lock, äh, ich hab doch, hab ich das nicht eingeschaltet? Äh, ist Jonas. Wollen wir mal, ob das mitten drin geht. Ähm, nee. Ach, scheiß drauf. Momentan sind's, äh, wenn's ein paar mehr Gegner werden, dann wird das auch wieder ein bisschen besser. Bei Second Encounter werden wir dann, wenn wir dann mehr Vollgas geben. Das ist einfach der Punkt, das ist so, ich, ich weiß nicht, also, wir, wir rennen ja doch schon ganz schön schnell durch und ich glaub, gestorben ist keiner von uns. So, ich hab mal einen Schalter betätigt. Bei Second machen wir eins. Ja, oder zwei. Gucken wir mal. Oder fünf. Ja, das ist ja, das ist ja bald durch. Das ist ja im Round, das ist nicht so lang. Der erste Teil sind ja eigentlich Spur für Second zusammen. So. Mehr Bulle! Hier ist noch ein Schalter. Okay, hier sind jetzt ein paar mehr Monster, das stimmt. Aber ich wär ja auch fast in meinem Video, äh, in der ersten Aufnahme, einmal beinah gestorben. Einmal beinahe. Ja, weil ich, äh, im Optionsmenü war, um meinen Sound einzustellen und die ganze Zeit gekloppt wurde von irgendwelchen Viechern. Da war wohl ordentliches Durst. Ich wär einmal beinahe gestorben. Ja. Weil ich auf dem Klo war, mir was zum Essen gekocht habe und mit dem Hund draußen war. Ja, also, der Schwierigkeitsgrad ist, äh, unzureichend für uns. Ja, das denk ich auch, also, so, vielleicht ein, zwei Stüphchen höher. Beim, wie gesagt, beim nächsten Video hauen wir rein. Dann... Denk ich auch, oh, ich bin runtergefallen. Geben wir, was weiß ich, vielleicht so, zwei, drei Stufen, ich weiß. Ja. Hier Gegner Bio-Mechanoid, enthaupteter Kamikaze. Warum kommen die denn neu? Die sind doch überhaupt keine neuen Gegner. Egal, Arachnoid heranwachsen. Vielleicht, weil ich wieder ein neues Spiel gestartet habe, online. Das, das kann sein, ja. Egal, wer uns interessiert, der soll sich's angucken, bitte. Der Fanservice bei uns macht, ja? Der ist gigantisch. Wird noch groß geschrieben. Irgendwo höre ich hier Pferdchen. Ein Pferdchen. Ja, wo ist denn das Pferdchen? Ich hab auf jeden Fall schon mal ein Skorpion gefunden. Das war ja das Beste, als, ähm, der Mav, der hat ja, äh, der Ella geholfen beim Kanaldesign, ne? Ja. Und die Ella hatte einen Wunsch. Und das werde ich jetzt hier mal verraten. Die Ella wollte ein Pferdchen. Und da hab ich, da hab ich ganz süße Ponys rausgesucht, so von My Little Pony und keine Ahnung was. Aber solche Pferdchen meinte sie gar nicht. Und ich hab gesagt, doch, die meintest du. Und sie, äh, und, äh, sie fragte warum. Und ich sagte, weil du bist ein Mädchen. Du brauchst Pferdchen. Die Ella. Wer die Ella nicht kennt, ne? Oder hatte ich das mit Mav besprochen? Ich weiß es grad gar nicht. Kann aber auch sein, dass ich das mit Mav besprochen habe und ihm die Pferde geschickt habe und gesagt, musst du machen, weil es ist ja Mädchen. Also ich, ich weiß es grad nicht mehr. Ich denke mal, von unseren Zuschauern wird jeder die Ella inzwischen kennen. Ja, das denke ich auch. Und wenn ich Torchlight oder hier beim Herrn Vendetta Portal 2. Portal 2, genau. Und wenn euch das Kanaldesign interessiert, dann guckt einfach mal in die Verlinkungen in meinem oder auch wahrscheinlich in deinem Kanal oder halt bei Torchlight etc. pp. Ihr werdet die Ella schon finden. Ja, dies ist nicht versteckt. Wenn ihr sehen wollt, was aus dem Pferdchen passiert ist. Jetzt müsste ich aber selber überlegen, obwohl ich heute schon auf dem Kanal war. War das hier falsch? Sind wir hier nicht richtig? Keine Ahnung. Eben kam Analysierer, als ich hier durch bin. Ja, dann... Ja, gehen wir mal durch. Aber ich glaube, das ist der Raum, wo wir schon waren. Jetzt müssen wir vielleicht auf die andere Seite noch. Guck mal, jetzt gibt es hier nämlich Polen. Oh. Dann müssen wir die wieder anlocken. Vielleicht, dass die... dass sie getötet. Ist egal. Er hat alles analysiert. Hier knarrt es auf jeden Fall. Hinter der Wand. Also da kommt dann ein dicker Endgegner raus. Das heißt, wir müssen vielleicht noch mal die andere Seite lang. Auf der linken. Ja, war ja auch eine Tür, ne? Ja. Vielleicht geht die jetzt auf. Hier knarrt auch was. Äh. Jo, geht auf. Ich will zeigen hier. Syrianischer Wehrbulle. So, da. Ach, ich habe dieses eine Herz habe ich gerade gesammelt. Aha. So ein goldenes Herz da drüben, als wir da rein sind. Vielleicht müssen wir hier jetzt noch die Lunge sammeln. Die... Die schwarze Lunge. Oh, Junge! Kommst du denn her? Ja. Survival-Horror-Shooter. Und gute Nacht, Marie. Ah, die sind so herrlich abgefahren die Gegner. Ich liebe das, ne? Obwohl, die erinnern mich ja auch ein bisschen an Duke Nukem. Ja. Ne? So fliegende Gehörne und so. Ich bin einfach ein großer Duke Nukem-Fan. Schon immer gewesen. Oder ein Crane von den Turtles. Ah, das kann sein, ja. Aber am besten fand ich so E-Roc-Stadium-Debop. Also, die fand ich am coolsten. Ah, irgendwie hatte ich immer ein Problem. Oder mit denen hatte ich ein Problem. Nicht gegen die. Gegen die hatte ich immer was. Uah. Das kann. Ah, noch ein Tatsu. Wo? Das war doch eigentlich Original hier, diese. Ja, aber in groß. Genau. Aber ich glaube, so einen dieser Querser kriegen wir gar nicht mehr. Es gibt ja auch noch Bonus-Levels, ne? Glaube ich. Ach. Weiß ich... Das wusste ich jetzt auch nicht. Müssen wir mal gucken. Durch die Tür? I guess so. Ich weiß... War ich. What the heck? Schießen wir mal wieder hier mit. Oh, kommt der. Am liebsten ist mir ja eigentlich die Railgun. So, das hat wenigstens noch so was Echtes. Die du gerade hast, genau. Ja, die ist fett. Ich könnte aber auch einfach mal mit den zwei Pistolen wieder hochrennen. Boah, aber die muss man nachladen. Das ist schäbig. Eben. Ich mag ja diese ganzen Schnellfallwaffen, weil du da einfach Triff holzen kannst, bis die Munition einfach leer ist. Fertig. Was ja eigentlich im Spiel eher selten vorkommt, bis die Munition leer ist. Ja, eben. Es ist genauso, wie es selten vorkommt, dass die Gegner leer sind. Oh, hier ist auch wieder ein Tatsu. Noch ein Tatsu. Da liegt der Tatsu. Tatsu, ich wusste gar nicht, dass du bei Mortal Kombat mitgespielt hast. Angriff der Klon-Tatsu. Oh, ich hab was eingesammelt. Tür ist nicht verschlossen. Ja, das heißt, wir können jetzt gleich wieder zurück. Nö. Ja, du dir die ganze Zeit irgendwelche Sachen machen und ich weiß gar nicht was. Ich hab einfach was eingesammelt. Erst so ein goldenes Herz und jetzt so eine komische Feder. Oh, eine Feder. Doch keine schwarze Lunge. Nee. Nee, 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 nee. Gehen wir mal hier rüber. Wo bist du denn? Ach, da bist du. Ja. Hier war ich noch nicht. Ja, jetzt sind wir auch wieder im Hauptsaal. Analysiere. Ich warte auf dich. Oh, bist du eigentlich lange gegangen? Hier bin ich. Warte mal, ich schieße mal, damit du mich siehst. Ah, okay. Ja, jetzt weiß ich es. Es ist reich. Piu, 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 piu. Guck mal, ich bin... Ich bin voll der Stormtrooper. Stormtrooper of death. Oh, ich hab nur noch elf Schuss. Nee, wo ist mein Schuss? Ach, da unten in der Mitte. Die 360, naja. Ja, ich hab noch 463 mit der Knarre hier. So, jetzt... Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt hier die Tür aufgeht. Falsche Seite. Ich laufe zur falschen Tür. Sag doch was. Ist aber nie Vertrauen zu erwecken, wenn die Türen so groß sind. Ja, und wenn es da knurrt, wenn du in die Nähe kommst. Oh, jetzt geht's auch wieder zu. Mach auf. Ach, das war nur ein Pferd hier. Und so ein paar... Fliegerichts. Fliegerichts. Die hier alles rot färben. Widerlich. Mein neues Zuhause, ne? Die renovieren. Ja, aber es ist Altbau, ne? Es ist Altbau hier, das sehe ich. Das sehe ich, es ist Altbau. Ja, also schöne hohe Decken mit Stuck und Verzierungen an den Wänden. Ey, die Pferdchen sind echt gut positioniert. Oh, hier, es gibt jetzt sogar Unsichtbare. Hä? Da war gerade so ein unsichtbarer Golem. Ne, wie hießen die? Ja, diese... diese... Knarrs. Knarrs. Ey, warum siehst du eigentlich die ganze Zeit aus wie eine grenzdebile Kappenschwester? Woher kommt der... Woher kommt eigentlich der Stier? Aus meinem Arsch. Keine Ahnung. Wir können ja ein bisschen Insert Person hier spielen. Das sieht so dumm aus, Insert Person. Ja, weil die Laufanimationen sind so weltklasse. Das ist mega schäbig. Buch der Weisheit. Ich glaube, wir haben nur hinterher, das hast du ganz versucht. Ich denke, wir müssen das Gleiche auf der anderen Seite wieder machen, oder so. Oder so ähnlich. Hier geht's schon wieder auf. Das Spiel, das... Das Spiel, das... Tut ja unsere grauen Zellen ganz schön da noch drauf. Ja, 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 extrem. Ich stelle es sogar automatisch in die Third Person... Äh, in die First Person. An sich, wenn es zu nah irgendwas ist. Also, gerade waren die Monster zu nah, da hatte ich wieder First Person. Was passiert hier? Oh Gott, ich muss was trinken. Ich muss wieder Wärmung machen. Guck mal, ein Riesenständer. Phallus-Symbole beim Let's Playen. Das hört gar nicht auf. Hm, kenn ich. Ja, wo wir denn? Was meinst du, wenn du morgens aufstehst und bevor du aufgestanden bist, aus dem Bett stößt dir schon das erste Mal irgendetwas an der Wand, ja? Ja, ich kenn das. Ich muss auch in die Küche gehen, um im Badezimmer pinkeln zu können. Deswegen hat man sich eine Partnerin angeschafft, die kann den Schlauch verlegen. Ja, wir haben es ganz anders gemacht. Wir haben von hier so einem Gartenschlauchhersteller, ich möchte den Namen nicht nennen, weil wir machen ja keine Werbung. Drink Star Drink. Und dafür haben wir ein Gerät zum Schlauch aufwickeln. Und das fahre ich dann immer wie so ein Rollator hier durch die Wohnung. Vor dir her. Ja, genau. Wenn du älter bist, dann Rollstuhl und das Ding vorne dran, so ein Elektro-Ding. Vorher kam das grüne Ding gerade. Wo ist hier was? Wo ist der Tatsu? Wo, wo, wo? Oder haben wir den gerade schon getötet, ohne es mitzukriegen? Ohne es zu merken. Also irgendwie ist das Ding ja komisch, ne? Diese Mega-Antenne. Raus diesen bringt auch nichts. Ich weiß auch, was sie jetzt macht, die Mega-Antenne. Ruf die Aliens. Ist das hier Independence Day? Ich sag dazu nichts. Wir wollen ja nicht spoilern, ne? Ich rate auch. Das Spiel hat so eine... so eine fesselnde Story. Das muss man ja nicht alles vorwegnehmen. Hier kommt man ja hoch. Das wusste ich auch nicht. Jetzt habe ich eine Rolle und jetzt steht hier wieder Analysiere. Wo bist du? Ey, der sammelt die ganze Zeit. Ja, warte. Ich weiß gar nicht. Moment. Das ist Munition. Ich brauche Munition. Quatsch. Wofür denn? Ich will nicht spoilern. Frag mich sowas nicht. Oh. Scheiße. Ich habe nur 300 Schuss auf meiner Gatling Gun. Na, gleich kriegst du noch ganz viel für deine Kanonenkugel. Glaub nicht. Ich bin jetzt cool. Ich bin jetzt nur noch mit meinem Revolver unterwegs. Mit einem Revolver wohl. Ja, da wirst du gleich Spaß haben. Hier konnte man hochspringen. Ja, das sah auch nicht so aus, als ob man es könnte. Ah. Moment, ich habe hier noch ein paar Sachen. Analysierte Sachen. Ich konnte mir die analysierten Sachen nicht angucken. Ah. Ich weiß nicht. Ach, ich habe keine Ahnung, was der gemeint hat. Es waren schon wieder so viele in der Liste. Hier gibt es für Munition. Du kennst das Buch, der Weg war umsonst eben. Ja. So. Also jetzt verstehe ich deine Denkweise. Also wenn ich das hier gesehen hätte, diese Kammer. Dann hättest du nicht mehr gefragt, was gleich los ist. Nö. Hier ist aber mehr Munition, als ich jemals einsammeln kann, glaube ich. Ja, Hauptsache ist, dass die Gatling Gun voll ist mit 999 Schuss. Mehr brauchen wir nicht. Ach, jetzt passiert nichts. Kanonenkugel noch mitnehmen, aber man kann nur 16 tragen. Halt, so viel Munition ist doch albern. Auf in den Kampf. Auf in den Kampf. Die Schwiegermutter kommt. Auf, auf zum Kampf, zum Kampf, zum Kampf bin ich geboren. So. Was erwartet uns? Ich bin schockiert. Noch ein Ständer. Ein Riesenständer. Und für den müssen wir Angst finden. Die hier irgendwo verteilt sind. Okay, du legst dich rechts oder was? Ja, ich bin einfach in die Richtung gelaufen. Was ist denn mit dir? Gut. Teilen wir uns mal auf. Ja. Anders als bei Torchlight ist das ja hier in Ordnung. Wir finden uns ja schneller wieder. Okay, ich hab was gefunden. Ein Ank. Ja, anders als bei Torchlight haben wir hier sowas ähnliches wie einen Plan. Buch der Weisheit. Erster Gegner. Hm. Kann doch sein, dass immer nur einer auftaucht. Weil momentan dann seh ich hier gar nix. Ah, ich seh das. Oder? Ne, ich seh dich. Ah. Ist relativ wenig los, gell? Ja. In diesem Part. Absolut. Muss sagen, also... Aber der Schleswig ist ja auch nicht da. Obwohl wir Ihnen Bescheid gesagt haben. Ich glaube, wir sind einfach dran gewöhnt, dass wir zu dritt hier unterwegs waren. Oder zu viert sogar. Oder zu viert und dann waren es natürlich auch mehr Gegner. Ja, aber... Guck mal, das Phallos-Symbol leuchtet ja hier über die Mauer. Das überleuchtet alles. Das ist ja krass. Also hier auf dieser Seite ist momentan nichts. Das muss auf deiner Seite sein. Okay, das große... Ja, ich hatte doch schon Ank. Ja, das muss aber dann das nächste muss auch auf deiner Seite sein. Ach, du meinst sie spawnen, wenn alle Gegner weg sind. Ich denk mal, ja. Dass sie entweder direkt spawnen, wenn du es eingesammelt hast oder aber wenn, ähm... die Gegner zer... starrt wurden. Hm. Hier ist irgendwie nichts. Ist ja merkwürdig. Machen wir mal... Tauschen wir mal Seiten. Vielleicht sieht der eine was, was der andere nicht sieht. Let's try to play together. Was? Wie war's? Let's try to play together. Ich hab's, glaube ich, gefunden. Ja? Ja. Ey, nur der. Nur der findet alles. Noch übrig drei. Jetzt müsste irgendwo ein neues spawnen. Aha. Ich musste es, glaube ich, abgeben. Ja, du hast es nicht abgegeben. Nee. Ja, ich hab das zweite. Nee, das ist gar nicht das zweite. Was ist das? Das ist... Das war ja ein Bärbulle. Das war ja gar kein anderes. Ich glaube, wir setzen mal so einen Bullen auf diesem Podest. Weil danach wird's erst richtig lustig. Echt? Ich mach's. Wenn wir die alle abgegeben haben. Oder denkst du, die Munition war zum Spaß? Oder obwohl, ne? Du würdest kaum glauben, ich hab das zweite angefunden. Unglaublich. Ja. Du bist mein Held. Ja. Das ist übrigens zum Beispiel. Ich bin ein ganz großer Fan. Ich geb's ab. Noch zwei übrig. Ha! Jetzt seh' ich das nächste. Das ist eins. Jetzt geht hier wenigstens auch Action beim Abgeben der Angst. Ja, wenn man einsammelt, ist, wenn man sie abgibt. Das gibt's. Ja, wir können zwar auch peu à peu die Dinger abgeben und einfach erstmal die Monster killen. Aber nur so macht's ja Spaß hier. Das ist krachwarnig. Ah! Lauter Mini-Tazos. Wo ist der Podest? Ey, hab's das schon abgegeben jetzt? Ich muss einfach hier reinspringen in dieses Gelbe, was links, also einmal ringsherum da ist. Hier, da zum Beispiel, genau. Jetzt hat er's erst gemacht. Ich bin die ganze Zeit außen rumgelaufen, ne? Ich hab's letzte. Wahnsinn, hä? Das ist kreise. Wahnsinn! Im Suchen und Finden, ey. Search and Destroy, Maester. Das wusste Metallica schon 83. Seek and Destroy. Ne, das war Seek and Destroy. Ja, sie singen aber Search and Seek and Destroy. Jetzt, da hinten ist das Türchen auf. Endlich passiert hier mal was, ne? Wir können durch die Tür oder erstmal alles töten? Na, alles töten. Da oben noch die Mega-Tazos. Mega-Tazos-Action-Figur. Oh, Mami, kaufst du mir die neue Mega-Tazos-Action-Figur? Die ist immer frisch und riecht gut. Immer frisch und riecht gut. Der hat sich gleich mit uns. Ne, überhaupt nicht. Hatsu, wir machen das nur, weil wir dich mögen, ne? Wir machen nur Werbung für dich. Ja, eben. Das ist ein Marki LP. Einschalten. Ah, Doppel-G-R-O-B-R-L-I-N. Ach, ne, das war was anderes. Oh, Schrotflinte ist für'n Arsch. Ja, das ist zu langsam. Ja, auch die Pistolen sind zu langsam. Wenn du voll drauf... Das macht keinen Sinn. Nehmen wir wieder den Laser. Ihr habt's ja so gewollt. Kommt der Klaas. Oder? Ne, da ist noch irgendwo Tatsu. Ja, den hab ich auch schon ein paar Mal angeschossen, aber der hing da so voll auf halb acht. So, jetzt ist er tot. Oh, und ein Clear-Scalat. Hier ist noch ein bisschen Munition, gibt's hier noch. Oh, da ist noch ein Tatsu. Ist irgendwo ein Nest, ne? Ja. Tatsu aus. Tatsu aus. Wow, weiter geht's, wa? Ja, würde ich mal sagen. Wa? 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 Hä? Mein Lieber, hier, hä? Geh mal mal rein, hier, ne? Was ist denn hier? Oh, Ladesequenz. Ha? Wa? So. Ladesequenz, wa, weiter. Ja, sofort, Walter. Wir haben noch 35 Minuten Attacke. Das schaffen wir. Wir schaffen das Spiel fertig zu spielen in der Zeit. Wenn wir noch 10 Minuten überziehen. Natürlich, überziehen immer. Oder wir nehmen noch eine Stunde mit minus 40 Minuten auf. Eine Stunde mit minus 40 Minuten, ja. Okay. Soll ich die dicke Bertha nehmen, oder was? Ja, mach wie du willst. Jetzt gleich kommt ja ein relativ kleiner Gegner. Der Mond? Der Mond? Ich trenne mich einfach im Kreis. Aber die machen ja keinen Sinn hier. Das sind ja jetzt gerade nur Pferdchen. Ja, egal. Die Kugeln bleiben ja eine Zeit lang. Ich dachte gerade schon, die Zeit wäre abgelaufen. Mal quatschen. Mein Handy sagt Akku leer. Ja, irgendwie, äh, ich hab das Gefühl, diese, diese Apps für irgendwelche Timer, die ziehen voll den Strom, ja. Ja, das und allgemein, ähm, äh, spinnt mein Handy gerade. Ich glaub, der Akku ist einfach ausgelutscht. Der, die, das Akku. Der, wie, das Akku. Ja, da ist es immer schwer. Das Akku, der Akku, der Akkumulator. Der Akkumulator, ja. Das Akku-Ladegerät. Ja, das ist ja auf Ladegerät bezogen. Ja. Aber der Akkumulator-Baustein. Der Akkumulator-Baustein. Du merkst, ich habe mit meiner Linguistik Probleme. Ah, gut. Linguistik ist doch dieses Ding mit der Zunge, oder? Ja, ich hab keine Ahnung. Ich hab jetzt auch einfach nur irgendwas gesagt, was halbwegs schlau klang. Ich glaube, unsere Abonnenten haben uns. Ich hab uns. Ja, schön ist auch immer, wenn ich sage verbale Äußerung. Verbale Äußerung. Ja. Das, was ich kann, ist verbale Aggressivität. Wow, direkt von meiner Fresse explodiert. Katscha-Ping. Ich bevorzuge ja die nonverbale Kommunikation, wie wir es gerade mit den Skeletten betreiben. Man kann nicht nicht kommunizieren. Ja, das ist auch eine Art der Kommunikation. Ja, das ist natürlich, das ist ein kurzes Reinschauen, ein kurzes Hallo. Na, wie geht's? Wie viel Spaß brauchst du noch? Wie viel Zeit, wie viel Zeit wir uns für die nehmen, ne? Die sollten eigentlich dankbar sein. Ja, ich wette, deren Eltern haben nicht so viel Zeit mit dem Papa. Guck mal, sie sind auch total verhungert. Ja. Gerade vom Dachspeicher geflohen. Aber das macht mir hier schon ziemlich Spaß. Das ist so, so wirklich so gemütlich. Feierabend, ach ja. Ja, einfach so ein bisschen töten, ne? So nicht aufregen über Cheater bei DayZ, sondern einfach so, weißt du, bei den Skeletten, weißt du, die cheaten nicht. Wo ist gerade was gespawnt? Ach, die Munitionskiste. Ja, die letzte hast du, die hab ich jetzt. Ja, ist okay. Ich dachte immer, es gäbe zwei davon. Ne, leider, leider, leider. Weißt du, wie bei Torchlight. Wo es für jeden irgendetwas gibt. Bei Torchlight übrigens jetzt auf seinem Kanal, auf meinem Kanal, auf dem Mavs Kanal und auf Ella's Kanal. Auf Mavs noch nicht fertig, aber wenn das hier oben ist, auch auf Mavs Kanal. Oh, Tatsu! Yeah! Baby! Tatsu ist voll am Kotzen, weil wir ihn verharschen, ey. Oh, das war's schon. Tatsu-matic! Tatsu-matic! Kennst du dieses geile Video von Shaquille O'Neal, der Scrabble spielt? Ne, das kann ich nicht. Der spielt halt Scrabble mit seinen Freunden und dann stehen da so Sachen drauf wie Shacktastic. Das ist so geil. Und ganz am Ende sagt er, check this. Das ist mega geil. Ich glaube, mit Snoop Dogg kann man auch kein Scrabble spielen. Schnissel mal Schnissel-Hizzle. Schnissel mal Hizzle. Schnissel mal Hizzle. Ist das deine Munition? Ja, gerne. Ist das deine Munition? Ja, gerne. Das ist doch voll die Antwort, gell? Ja, gerne. Ja, gerne ist das meine Munition. Wohin müssen wir hin? Ja, klar! Ja, weiß ich nicht. Oh, das ist meine. Oh, oh. Jetzt kommt auch nur ein... Togo, Togo, Togo! Oh, hat er nicht geschafft. Ich will auch mit der Kugel, mit der Dicke Kugel arbeiten. Ich strebe mich einfach mal ein bisschen im Kreis und schiebe es mal. Ja, das war schlecht. Jetzt habe ich die Dicke Kugel. Komm her! Bamm! Bamm! Zerplatze Dings Bums! Du Wurm! Blöder ist, die Kugel sind langsam. Das heißt, die müssen schon auf einen zu rennen, damit man richtig was trifft. Wobei, inzwischen sind so viele, man trifft die Habe. Das ist gar nicht so schwer mit der Kugel, dass einer auf dich zuläuft. Munitionskiste deine? Das ist deine. Warum? Hast du schon wieder eine gehabt? Ich habe jemanden genommen, ja. Ist ja krass. Dann nehme ich den. Ja, ich weiß. Sag nichts. Nichts. Wie sie zerplatze Dingsen. Ich habe jetzt schon wieder eine gehabt, nämlich. Das ist schon schön. Ja, das ist dann deine. Genau. Das Spiel, ja, wie gesagt, das ist sogar uncut. Das in Germany. Ja, das war in den Cut auch nicht die Originale. Das heißt, es war jetzt natürlich eine Neuprüfung für die HD-Version, sondern die Originale waren auch die. Aber ich glaube, der Unterschied ist, die hier ist ab 16, ne? Ich glaube, die Originale waren ab 18. Ja, genau. Das hier schockt keinen mehr, wenn mein Ochse zerplatzt. Ja, ich meine, ein Ochse ist ja auch nichts wert. Hoffentlich tun keine PETA-Aktivisten. Aber es sind Wehrbullen, die gibt es gar nicht. Warum ist das wie ein Wehrbulle? Der ist doch gar nicht behaart. Weil die so heißen. Nein. Der ist doch gar nicht behaart. Die heißen aber Wehrbullen. Ich kann mich auch Wehrfaco nennen, oder? Ja, du bist behaart. Alles, was man auf der Webcam nicht sieht. Ist behaart, liebe Leute. Unterhalb seines Halses sieht er aus wie ein Monchichi. Ja, ein Wolfschi. Und in den Werbepausen hat er auch den Daumen im Mund. Den Daumen hab ich über den Mund, wenn die Aufnahme nix wird, ja? Nee, dann nimmst du ganz andere Sachen im Mund, um ein paar Views zu kriegen. Kann ich nur leider hier nicht hochladen. Ihr müsst doch auf meinem Dailymotion-Kanal vorbeischauen, Leute. Ey, wie viele denn noch hier? Jetzt nervt er aber auch langsam. Ihr Spakulatius hier. Du, das ist ja noch nicht alles. Das wird ja jetzt noch fies. Ich mach jetzt auch mal hier ein bisschen Bowling. Ohne Ende Bowling. Ich glaub, dass ja eigentlich kaum Gegner kommen, ne, zu zweit. Ja, aber es sind einfach so nervige Gegner. Ja, aber was heißt nervige? Aber ich glaub, ab einer gewissen Masse ist es völlig egal, wie viele kommen. Ich geh mal vorne zur Tür und guck immer, ob da was geht. Oh. Die Nächsten. Oh, jetzt kommen sie unten raus. Voll geil. Einfach nur voll aufziehen hier das Ding und bam, da liegt es. Hat Steuerbord. Bam. Eurei, Captain. Volle Kraft voraus. Jetzt wird sicher irgendeiner schreiben, ey, das war rechts, Steuerbord ist links. Was weiß ich? Äh, wie. Ne, oder? Doch, ja, ist links. Siehst du? Ja. Ja, wo die Schurkischte. Ich hatte eben. Bam. Ja, du, ich krieg da eh nicht mehr durch. Alle neuner. Boah, ich bowle besser als der Dude. Als der Dude. Der, der große Lebowski. Ich pick Lebowski. Da war mir ne Pfützen übrig, wenn du bautst mit denen. Da ist wieder ne Kiste. Das ist das meine. Die hat sich bestellt. Amazon 24 Stunden Lieferung. Mann, 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 Mann. Oh, das war ein guter, das war ein guter, das war ein guter, ja, und, 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 jawohl. Und jetzt beide, und, yeah, da liegen sie. Ich bin mal, ich bin mal, ich bin mal wirklich, äh, es würde mich mal sehr interessieren, wie viele unserer Zuschauer überhaupt noch ein Gehirn haben nach diesem Part, ja. Also der Mr. Dillen, glaube ich, hatte geschrieben, äh, dass, wenn er sich da vom Meer angucken würde, er alle Gehirnzellen verlieren würde. Ne, ich glaube, wenn er, bei Series XM, wenn er das spielt oder sowas. Egal, ich habe darauf gelesen, ja, dass er Gehirn an Macht ist. Hier, das ist deine Kiste. Kiste! Achso, egal, ich schieße einfach wieder in alle Richtungen. Zielen, ist sowieso überbewertet. Ja, bei dem Spiel, ma, total. Ma, 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 ma. Los, machen wir nochmal Werbung hier für MavMX84, yeah. Schaut auf seinen Kanal. Yeah. Yeah. Und nicht zu vergessen, 11. September. Machen Kreuz im Kalender. Julians Block, yeah. Der kleine, primitive Kerl. Ja, ich oder wer? Jetzt habe ich ausnahmsweise mal nicht von dir gekriegt. Das ertrage ich aber nicht. Sondern von Julia. Ich wäre ja immer so gern Einzelkind gewesen. Von Julias Block. Deswegen musst du über mich reden. Der Alex ist ein ganz, ganz ein Wieber. Der ist echt ein guter, ja. Ja, total. Ich rette auch kleine Kätzchen. Boah, ey, total. Worauf du einen lassen kannst, verdammte Scheiße. Sowas von. Boah, ey. Geht doch mal alles sterben. So langsam könnte ich mir, jetzt sind die wieder. Arena-Kämpfe sind irgendwie doof. Ich warte jetzt ein bisschen, komm, ich mach dir jetzt mit dem Messer platt. Ich brauche eine Herausforderung. Ach, ich hatte noch eine Kugel geladen. Kommt mal her. Bei Teil 3 gibt's ja auch Nahkampf, ne? Ja, da kannst du deinen Köpfe abziehen. Ja, das ist so. Und dann bewerfen kannst du den Köpfe. Das macht gar keinen Sinn, hab ich gerade gemerkt. Ja, hier gibt's... Ich hab gedacht, ich mach ein bisschen Lasershow hier. Yeah! Ja, ich hab dir ein Leuchtgeschösses. Hab ich doch. Hast du mal gesehen? Leuchtgeschösses in der Gatling? Oder du hast in der Gatling, also eigentlich in der Minigun. Ja, du leuchtest doch gerade. Sieht voll geil aus, ja. Also deine Schösses leuchten auch. Ja, aber nicht beim Flug. Ach so. Hä? Was? Hä? Oh. Hä? Ich wurde rausgeswitcht. Ja, ich auch. Los geht's. Ein Serious Pack. Was ist das Serious Pack? Das größte Munitionspaket, was es gibt. Ihr kriegt mich nicht, Klein! Nicht ihr! Du bist nicht mehr als ein Burger! Wir versuchen einfach mal irgendwie über diese Scheiß-Ebene zu kommen, ja? Warum werden das immer mehr? Meines Wissens nehmen die kein Ende, wenn du nicht über einfach da läufst. Ach so, ich dachte... Ja, dreh dich mal um, guck mal da hinten, wo wir herkommen. Ups, was ist denn das Dicke da? Tatsu's Vater. Tatsu! Der ist ja noch größer als ein Handelsdienst. Müssen wir das Ding besiegen? Ja, aber nicht hier. Das habe ich mir gedacht. Also hier kannst du so viel Druck holzen, die du jetzt nicht trinkst. Nächstes habe ich das letzte Mal mit einem Kuppel probiert, als wir das durchgespielt haben. Das ging nicht. Und wie der Raum geht denn nicht kaputt? Nur du solltest nicht zu langsam laufen, weil wenn er nicht einrund ist, ist er auch nicht so gut. Ich bin doch schon fast da. Ja, er kriegt zwar jetzt Energieleiste, aber einfach ignorieren. Ich schieße trotzdem mal drauf, weil ich das mal sehen will. Doch, guck mal, Energie verliert da. Ja, aber du kommst hier nicht weit hier drauf. Erdkopf holzen, wenn du am Ende dieser Ebene bist. Wo bist du eigentlich? Am Ende dieser Ebene. Du bist schon da? Ja. Genau hier oben. Dann sehe ich dich nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin hier oben auf der Pyramide. Ach, da bist du. Ja. Komm, wir holen es mal richtig drauf auf das vierarmige Bastard hier. Oh, fettes Raumschiff. Ich hatte recht. Ja, Independence Day. Ich bin schockiert. Ja, habt ihr recht? Oh, hey. Selbstmörder. Muss man auf das Kreuz schießen an seinem Arm? Nö. In die Fresse reicht völlig. Und mal mitten in die Fresse rein. Die Ärzte. Ich mag die Ärzte. Ich mag die Ärzte auch unheimlich gerne. Eins meiner Lieblingsseater gibt Schwein eine Chance. Oh, da muss ich gerade überlegen. Das sagt mir gerade gar nichts. Welches Album? Ähm, die blaue, die blaue Flauschige. Äh, das war runter mit den Spendierhosen. Unsichtbarer. Ja, genau. Und da ist, äh, ist das sie drauf. Wo sie dann singen, dass man lieber einen Kindergarten reessen soll als Schwein und Kühl. Ach, ja. Der ist so geiler Text. Das geht in die Richtung, ich ess Blumen. Ja, den die Türen tun mir leid. Die war Graz in statt einem dicken, fetten Schinken. Ärzte ist das klasse. Mega klasse. Aber das Beste vom blauen Album war, ähm, dieses Bela-Wir-wollen-nicht-Ficken-Lied. Wir wollten die Rob-Club, oder? War's? Ja, Rob! Rob war's. Genau, Rodrigo González. Dem bin ich mal begegnet. In einem Club in Frankfurt am Main. Was hat er so von sich gegeben? Ach, du auch hier? Ich konnte mich noch mal kurz mit ihm unterhalten, obwohl er zwei Securities sind, was ich sitzen hatte. Das war nämlich kein großer Club. Das war so ein Underground-Ding. Der hatte da so ein Punk-Konzert mit irgendeiner anderen Band, wo er als Gast mit dabei war. War aber, war eigentlich ganz nett. Das heißt, da haben nicht die Securities die Leute zurückgehalten, sondern eher die Securities. Was passiert? Warum kriegt der Energie? Oh, ey, lass mal hier reingehen in die Pyramide, Mann. Ich komme. Was ist das? Oha. Die Boss-Arena. Du ahnst es nicht. Da ist er. Ist das Mr. Endgegner, so endgültiger Mr. Endgegner? Ja, das ist Mr. Endgültig. Treten wir bei dem auch den Kopf ab und kacken rein? Leider nein. Treten wir ein Auge über ein Football-Feld? Ja, nein, das auch nicht. Aber du musst mal, hier diese Dinger kann man irgendwie aktivieren, hier diese, irgendwie diese Ringe kann man reinspringen und ich weiß aber nicht, was das bringt gerade. Wenn ich da reinschieße. Ich glaube, kann man deaktivieren, dann kann er sich nicht die Energie aufladen. Okay, Frage ist, wo kann er sich denn die Energie aufladen? Also, wo kann man die abschalten? Ja, diese Ringe. Ja, aber wie kann man die abschalten? Ja, an den Seiten sind so Rampen, da kannst du rüber, dann wirst du reinkatapultiert und gehen die aus. Äh, ach, die da, okay. Dann sollten wir das wohl mal machen. Bevor Mephisto mal wiederkommt. Oh, jetzt lädt er sich nämlich auf. Auf deiner Seite sind noch zwei Stück, hier sind zwei ausgeschaltete. Ja, jetzt bin ich in einem drin. Äh, hier sind noch beide aus, okay, ich hole es weiter drauf. Ja, aber ich mache das letzte gleich zu. Es ist ein bisschen Weg, bis man da ist an so einer Rampe. Ja, das stimmt. Okay. Ich bleib hier ein bisschen in der Ecke, weil ich dann zwei Stück abdecken kann, falls eins eingeht. Okay, habs zu. Wow. Wo lädt er sich denn gerade auf? Sind doch alle dicht? Ne, da vorne nicht. Ah, jetzt sind wieder alle an, ey. Ja, habe ich gerade gesehen. Das ist ja blöd. Arschlecken. Okay, also nochmal. Und dass es hier kein Sprinten gibt. Ja, das ist nervig, ne? Gut. Oder was ich auch, äh, finde, ähm, gut finde, auf der Runtermindspreadierhosen, ähm, dass man wohl über seine ganzen Krankheiten singt, dann übers Krannere ich kann. Das ist großartig. Es muss hier nicht genauso gehen. Hör auf mich, dann bleibst du schön. Stirb, jung! Stirb, so früh es geht! Stirb, jung! Am besten in der Puh, wartet! Oh Mann, warum sind die schon wieder an? Irgendwas machen wir falsch. Gibt es eine Reihenfolge, wie man die schließen muss? Ah, jetzt ist so ein Strahl in der Mitte. Ja. Was bedeutet das? Ich glaube, der muss da drin sein. Äh, muss ich ihn dann jetzt vielleicht hierher locken oder so? Vielleicht musst du mit auf meine Seite kommen. Ich schieße mal in die Eier erstmal. Weil ich schieße ihn die ganze Zeit in den Rücken. Der hat ganz schön, äh, große... Cojones? Füße. Kurt Cobain hat es gewusst. Im Alter droht Gesichtsverlust. Das ist so ein guter Song. Du hast ihn echt nicht mehr auf dem Schirm? Nee, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die Geräusche richtig verfolgt habe. In den letzten Jahren habe ich nicht so viel mit denen zu tun gehabt, mit den Ärzten. Aber ich glaube wirklich so seit 94 Ärzte-Fan. So. Kommt das jetzt? Ich hatte meine dicht. Ja, aber ich meine nicht, weil ich ihn in die andere Richtung kriegen wollte. Guck mal, das ist dicht. Dann mache ich einmal einen Kreis und dann mache ich die anderen beiden wieder zu. Ey, das ist nicht ohne, gell? Diesen Kerl das erstmal dazu zu bekommen. Ja, ich habe langsam keine Munition mehr. Ja, ab und zu filippern an den Seiten der Drohmsetze. So, das ist aus. Moment, ich bin immer noch auf dem Weg zu dem einen. Ich hoffe, dass deine jetzt nicht wieder angehen. Aber Maschinengewehr bringt ja gar nichts. Nee, es geht nur E-Close-Ups. Das andere funktioniert bei ihm nicht. Ja, brauche ich echt irgendwas Vernünftiges machen. Sind deine nur noch aus, ja. Nimm das, fett Sack. Ach, dann ist es wieder an. Moment, nicht weiter steuern. Au, jetzt. So, jetzt verliert die Energie. Bam. Ficker. Ah, da liegt er. Jetzt möchte ich gerne dein Auge rausreißen und dir jetzt hören pinkeln. Richtig, ohne Zeitung lesen. Spiel abgeschlossen. Was? Warte mal. Wir sind jetzt bei... Ich komme auf die Uhr. 14 Minuten haben wir noch. Oh, das ist dann eine Dreiviertelstunde mit gewesen. Verdammt. Was ist denn, wenn ich jetzt auf Fortsetzen drücke? Ich mache es einfach mal. Ende. Ende. Cool. Leute, das war First Encounter. Wir sehen uns wieder bei Second. Alles klar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hau 3. Nun, bis denn. Hautsa.